Hier wird eine vollständig renovierte ca. 138 Quadratmeter große Bürofläche zur Miete angeboten. Sie befindet sich in Berlin. Das Haus wurde 1995 erbaut. Das Büro verfügt über einen Personenaufzug sowie Parkettboden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Monatlich beträgt die Miete des Objekts 11,40 Euro pro Quadratmeter. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.